Dozentinnen und Dozentsterninnen und Dozentinnen Sehr geehrte Studierende, wir bilden Physiotherapeut-Innen aus. Sehr geehrte Studierende, wir bilden Physiotherapeut-Innen aus. Sehr geehrte Studierende, wir bilden PhysiotherapeutInnen aus. Wir arbeiten eng mit ÄrztInnen oder ÄrztInnen oder ÄrztSternInnen. Wir arbeiten eng mit ÄrztUnterstrichInnen oder ÄrztInnen oder ÄrztInnen. PhysiotherapeutInnen können Kinder gebären, nicht alle PhysiotherapeutInnen können dies tun, aber alle PhysiotherapeutInnen können Kinder adoptieren.